Was ist die Vorlage für Schiedsklauseln? Das ist das am wenigsten Sinnvolle. Gehen Sie zu Ihrem Anwalt und lassen Sie sich dort beraten, denn ein einfaches Copy und Paste birgt sehr, sehr viele Risiken. Die Kosten davon sind nicht besonders hoch, denn eine einfache Schiedsklausel einzufügen, hat selten einen großen Einfluss auf den Gesamtpreis des Vertrages.